Stellen Sie sich vor, Ihre touristische Buchhaltung führt sich wie von selbst. Midoco bietet einerseits Schnittstellen zu gängigen Buchhaltungssystemen, andererseits kann unsere Software das Nebenbuch für Sie führen. Damit haben Sie die Buchhaltung zum Export für die Gesamtbuchhaltung im Handumdrehen fertig. Die Midoco-Buchhaltung kann Das Kassenbuch pro Filiale oder Mitarbeiterklassen reisebezogen oder nicht reisebezogen führen. Eigene Kontierungs- oder Buchungsregeln erstellen und diese automatisieren. Kontoauszüge in gängigen Formaten importieren und verarbeiten. Listen über Salden, Margen, fehlende Eingangsrechnungen und viele mehr erstellen. Fremdwährungen verarbeiten. Provisions- und Vermittlerabrechnungen automatisieren. Mit unterschiedlichen Mehrwertsteuermodellen umgehen. Und kann Buchungsperioden, Monats- und Periodenabschlüsse durchführen. Dies sind nur einige der Funktionalitäten, die Ihnen helfen Ihre Buchhaltung effizient vorzubereiten. Zu alledem ist Midoco MidOffice DSGVO-konform und PCI DSS zertifiziert und ökologisch nachhaltig aufgestellt. Alle Server der Midoco Group werden mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben. Wir optimieren Prozesse in Reiseunternehmen und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Wir optimieren Prozesse in Reiseunternehmen und Prozesse in Reiseunternehmen und Prozesse in Reiseunternehmen. Wir optimieren Prozesse in Reiseunternehmen und Prozesse in Reiseunternehmen und Prozesse in Reiseunternehmen.